Mama Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Karmazin Purpur und ja Apfel betreibt Bucky Husing. Karmazin Purpur. In der letzten Folge haben wir Zagaria besiegt. Jetzt warten noch mal ein paar Raids auf uns für die Top 4 und Zagaria also insgesamt fünf Raids. Weil mit den nächsten Battles die folgen könnten wir ein paar neue Monster gebrauchen, auch wenn wir viele haben, aber die die gelingten sind manchmal nicht so das gelbe vom Ei. Ich höre mir, ist das ein Drachenraids? Dann hole ich mir hier Gift. Ja es ist eine lange Zeit hier. Ich glaube schon so zwei Monate. Seit wir letztens aufgenommen haben oder letzte Folge hochgeladen haben? Die letzte Folge hochgeladen glaube ich auch schon. Weiß ich kann gut hinkommen. Zwei bis zweieinhalb würde ich schätzen. Ja viel wir hatten viel um die Ohren vor allem Apfel mit seiner schönen OP. Ja. Meine Schönheits-OP was? Ja. Er hat sich ja im Mundraum tätowieren, äh, tätowieren, genau. Tätowieren lassen. Tätowieren lassen. Ja, aber tätowieren auch. Oh, ich habe einen Sichlor. Wo ist der Schacht? Der ist noch weiter hinten, Alter. Ich habe hier schon mal einen Sichlor. Sichlor ist geil. Und mit Gift auch noch. Scherox ist schon geil, ey. Habe ich noch nie trainiert, würde ich gerne trainieren. Ich hoffe, du hast was Gutes. Aber warte, ich habe gar nicht geguckt, wie viel, äh, Sterne. Ich glaube vier. Vier, vier, vier. Es kann schwierig werden. Ähm, dann mache ich mal Gutes. Aber es waren vier normale und nicht vier blaue, ne? Vier normale, vier blau. Oh, nein, nein. Hatten wir die schon? Warte, kann sein, warte, kannst du gucken, ob Blutzuck, äh, Ersttyp Käfer ist? Und Scherox Ersttyp Käfer ist? Ich weiß nicht, ob Scherox Käfer ist. Weil, kann sein, dass Blutzuck Ersttyp Käfer ist? Äh, warte, wenn, wenn sich jetzt hier ein Tab öffnen würde, der, na, scheiße. Äh, warte kurz. Das einzige, was ich da habe, um danach zu googeln, ist mein Tablet. Das mache ich jetzt damit. Ja, dann gucke ich kurz auf Handy. Äh, dann guckst du nach Blutzuck, ich gucke nach Scherox. Ja. Er sich loh eigentlich, aber ist ja egal. Scherox ist hier in der Entwicklung. Ich liebe diese Musik. Scherox ist vom Typ Ersttyp Käfer. Jetzt muss Blutzuck Ersttyp Käfer sein, dann musst du es nicht nehmen. Ich weiß aber halt auch nicht, ob wir den hatten. Ich kann gleich mal auf meiner Box gucken, ob ich den habe. Mhm. Ersttyp Käfer. Perfekt. Okay, dann, dann ist das schon mal abgehackt, kannst du weggehen. Ich hatte mein zuerst. Perfekt. Ich darf Sichelau behalten, du musst Blutzuck. Gezwungenermaßen leider verlassen. Dann suche ich mir jetzt aber etwas noch mal. Dann geht direkt zu den Geist-Ding. Direkt, Geist über dir. Geist ist na, Geist ist na. Geist ist na. Du musst er denn. Er ist offener interessiert. Also. Entern, entern. Ich bin auch gerade übel am Grinden, was den Pokémon Anime wieder angeht. Ich bin jetzt richtig im Film drin wieder. Den wollte ich auch anfangen, aber ich sitze an dem anderen gerade. Ja. Den hat der auch schon, Digga. Mann. Wer war das? Das war dein Hund. Welcher Hund? Zeig mal. Welcher Hund? Wie dachtest du schon? MobTiv. MobTiv, ja. Meil. Ähm. 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 Gute gerade gut. Ich hatte mal angefangen mit dem Pokémon Anime, und dann hatte ich ganz lange aufgehört. Bin irgendwie grad bei Staffel 8 oder sowas. Folge 30. Und letztens hatte ich einfach, weißt du, welche Szene ich hatte? Can't-to-save. Die Esso setzen alle Bodyguard ein. los bodo röps attacke los ich hatte nur so ich habe nur von diesen kleinen typen so gehört die ist so setzt alle bodyguard ein habe ich mir so gedacht warte mal wait a second kenne ich das nicht irgendwo los bodo röps attacke okay schreibt mir schon mal sich doch auch schon oder wer den müsste ich gehabt haben zumal ich kann kurz mal nachschauen der war doch auch in seinem team ja deswegen ich glaube man war mal scheiße aber azumarill ist ganz gut eigentlich wenn du den willst drachentypen ja eigentlich schön ja ich nehme den wasser drache könnte interessant werden sichelon und apfel hat azumarill ne das ist azumarill ne das ist marill bei dir sichlonen spitzen angeben da habe ich schon lange aufgehört ich muss mich mal gerade hinsitzen wird er so geschrieben oder mit t scheren händen ich weiß gar nicht ich google so lange du im kampf bist ich habe nie vor mir also mit d ist eigentlich so ein standard name für sich lohnt und scherox den hatte ich noch nicht mal aber ich habe gerade gesehen auf jeden fall blutzuck hatte ich schon entdeckt und ich glaube nicht dass ich mir den gefangen habe oder kann sein dass ich mir den mal gefangen habe für den wunderttausch aber ist auch egal ja hm was war denn jetzt hast du auf jeden fall nicht unsere back ups oder ich habe meine ja hier blutzuck habe ich noch hier oben drinnen hier na warte mal hier ist das unsere backup liste die einzige der erste ring hat jetzt gefühlt schon die folge geht jetzt schon acht minuten und wir haben eine wait marill ist fe ja seit neuesten seit gen 6 aber ist das hier unsere backup liste box oder gehört das ja auch noch dazu ich habe noch nicht mal eine voll okay ja perfekt was wir ja nicht in letzter zeit so gefangen stimmt ich habe einen antwort ausgeholt und ein dragonier dann gehe ich zu dem fehlen zu dem fehlen ding bei der nase juckt sehr schrecklich hm ich glaube ich hole mir aus dem existenten wasser nochmal oder ist eigentlich scheißegal was du dir holst weil ist ja eh random eigentlich das sagt ja nicht viel aus der terror typ ja aber trotzdem ist es recht praktisch einen bestimmten zu haben ach nein ach nein da ist so nicht mehr nicht was war's sweeps die familienmäuse liegt auch nicht hier ich werde teilen oh okay das wird ein pflanze wasser viel ja das ist dann nur pflanze fährer typ wasser aber ich glaube den hattest du doch oder weiß es nicht mehr olgini oder so das tut er nicht mehr ich kann mich nicht erinnern dass ich olgini hätte warte ich kann mal im pokilux schauen ne ne du hast den sap schon mal getradet bekommen wahrscheinlich hm oder mal gefangen oder mal gefangen für dread wir gefangen definitiv nicht und jetzt bin ich in traurig gelaufen ich glaube aber wir hatten den muss halt bei der todesbox mal gucken rest in peace das ist ne volle todesbox einander back up box ja das stimmt da siehst du ist das die friedhof doch ich konnte mich noch daran erinnern und dann nehmen wir den feuer hier was hast du oh den hattest du schon dummiemiesel hat dummiemiesel gut weiß es nicht ich hätte hier ein darthiri fiaro kann schon nice sein aber ich habe halt ein gutes feuermund mit dem starter weißt du ja ich weiß nicht ob wir den schon hatten ich guck mal kurz bei mir was war dummiesel ach das wär normal ne 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 also ich finde die arteri bei mir nicht also hole ich es mir der thiri hatte ich damals ja aber ich wollte mir trotzdem ja der titen ist im team ich wollte es mir trotzdem ja weil es ja auch nur an sich hingegen recht gutes vieh ja schon so was bist du denn ach dann gehen wir mal auf einen stahl das ist die schlange hatte ich glaube ich war die weiß es nicht also ich weiß nicht ob ich die lass mich gleich noch mal kurz nur noch mal nach ob du dir hattest ich glaube ich glaube wir hatten die schon wir hatten die auch ja das ist das ist das ist das ist Der nächste... Der nächste Vexang will open. Und tschüss. Normalflug ist ja noch. Ja, schreibe ich mir schon mal auf. Guckelbaum. Let's go. Ich weiß nicht, ob wir einen Mogelbaum schon mal hatten. Ich bin mir unsicher, ich glaube nicht. Ich bin jetzt gerade mit Brutalender rein. Wieso? Hm. Drache gegen Stahl. Mein nächster Red machen wir mal Feuer hier. Digga, da hat kein Kopf. Was? Ja, kein Kopf. Ich habe ja einen Razor, das ist richtig cool. Ja cool, alles was ich einsetzen kann, ist nicht sehr effektiv. Ja, let's go. Boah. Also bei mir ist Razor, mit dem Razor bin ich sehr zufrieden. Für den nächsten Red, bei mir. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Hm, äh... Wie heißt das, Mon? Epitaph? Das ist ein richtig anstrengender Raid. Wir machen fast kein Damage. Läuft ja bei mir besser gerade. Hm. Loll, als ob ich nur so wenig der andere... Zugabe, ja, können wir machen. Oh, Einert steigt. Ach, easy. Die Rap-Musik ist echt nice. Loll. Überleben drei. Perfekt. Perfekt. könnte mal angreifen wobei hatten wir schon mal du hast doch schon mal gesehen aber nicht gefangen nur gesehen aber nicht gefangen das war ja so ausgegraut weißt du mogelbaum bei dir ok nummer drei mal sehen stellen wir uns den kampf da unten mal an oh aber was ich auch machen könnte ich habe ja noch online nicht mehr so einen zufälligen online raid mag nicht zu einem team zu haben wir schon wieder ja meine stärksten so oh wie pietes wie pietes oder zengo was sagst du wie pietes ja als ob ich wäre ganz klar bei senglu ja paralysiere mich doch du und perfekt ja 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 in der attacke noch dann haben wir es ja ja er kann aber aufhören auf mich die ganze zeit zu gehen du bist du nicht da wird Okay, dann war das Nummer 3. Das kann sich ja auch noch um Tage handeln, hier gerade bei dem Kampf. Na endlich. Er ist zwar zwar besiegt, aber ich muss nochmal angreifen, danke für nichts. Oh Gott. Er ist nice eigentlich. Tropius. Tropius. Ich Wampit, äh Wumme. Wampit hast du doch gar nicht mehr im Team. Ja. Ich bin da noch ein Red bei mir. Ich bin schon beim letzten. Du hast danach noch einen. Jo. Das müsste jetzt das vierte sein, wo ich von denen fange, Alter. Naja. Über 20 Minuten sind wir gerade. Oh. Dieses Elektro-Ding. Oh Gott, ich habe vergessen, dass es der Pflanze ist. Ja. Darf du dich mit Pflanzen anpacken? Yep. Okay. Das ist eigentlich Pflanzeflug. Die Terra Feuer ist eigentlich auch nice. Das ist eine starke Kombi. Ja. Na, mit einem Kapitel überlebt. Oh. Oder nicht. So. Den letzten Raid habe ich auch. Mois. Toxel gefangen. Easy. Da haben wir Nummer vier. Ja, ich habe Nummer fünf. Ich habe meine Map gerade unten rechts. Hat nicht geladen. Okay. Da fällt auch ein, wenn wir hier den Kampf gegen, äh, Dings machen. Also PR. Mhm. Äh, muss es Abend sein. Also, ingame, muss ich auch noch warten, bis es Abend ist. So. Ach, der ist da oben, Alter. Ah, lol. Der Mila steht da unten. Reicht der mal aus? Lol. Auf den Häusern liegen einfach Pokébelle. Weiß. Oh. Welser, nice. Wasserboden. Hm, Terratyp Gift. Gestein und Psycho werden da effektiv. Ich glaube, ich habe keinen Gesteinsfeder. Und so. Das wollte ich jetzt nicht. Das muss jetzt mal ein Pamparos sein. Pamparos. Pamparos. Ach nee, Boden ist effektiv auf die... Gift. Ja, Boden, Psycho. Nur Boden, Psycho. Oh, meinst sind ein Erdbeben, mein. Als ob. Jetzt. Ja. jetzt ob man hier nicht klettern könnte man Das ist das geile bei Pamparos. Bei jedem Angriff, wo es kassiert, steigt seine Verteidigung. Alles klar. Ja, da haben wir Welser. Ja, also an der Stelle könnte man schon mal sagen, die Kämpfe gegen den Mila und Cassiopeia gibt es dann in den nächsten Folgen. Schaut auf jeden Fall rein, bis zum nächsten Mal und tschau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.